Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von AndiTV. Heute befinde ich mich hier auf dem Dach des HCC-Hotels am Stadtpark. Hier ist nämlich heute House Running, das heißt ich laufe gleich senkrecht an der Fassade runter. Hinter mir seht der Hannover, ihr seht auch schon wie hoch das ist. Jetzt zeige ich euch erstmal einen roten Umblick bevor es losgeht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach diesem Ausblick und bevor es jetzt gleich losgeht, zeige ich euch erstmal einen Blick nach unten, wie tief es da runter geht. Satte 55 Meter. Wer da fällt, fällt tief. Sorry. So, jetzt geht's los. Bin ganz gespannt, auch schon ein bisschen aufgeregt. Mal sehen, wie ich mich an die Stelle. So, Andreas filmt auch selber. Kopfkameras dabei. Läuft die schon? Kopfkino. Ich wollte gerade sagen. Schon wieder zwei doofe Ein-Gedanke. Kopfkino. So, Andreas. Andersrum. Andersrum. Andersrum dring. Andersrum dring. So, jetzt machen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt machen wir mal ein bisschen weiter. Und wieder nachfassen. Und wieder ziehen. Genau. Richtig bis zur Hüfte hin durch. Nochmal. Ja, komm, noch ein Stück, Stück, Stück. So, jetzt machen wir mal den ersten Schritt in die Wand. Von den rechten hinterher. Ja, jetzt ziehst du dich noch mal weiter runter und noch nicht gehen. Nur ziehen. So, Andreas. Jetzt guckst du einmal nach rechts in die Kamera zu der Nadine. Links noch einmal mit einem Hand. Sehr schön. Alles gut. Das war ein bisschen gezwungen. So, Andreas. Jetzt ziehst du dich noch die ersten zwei Meter runter. Der kann gleich die Hände aufsachen. Der ist schwer genug. Macht er schon. Hä? Macht er schon. So, Andreas. Jetzt öffnen wir einfach nur noch beide Hände langsam. Ja, öffnen. Ruhig beide öffnen. Bisschen mehr öffnen. Genau. Lass das Seil arbeiten. Lass das Seil arbeiten. Nicht ruhig. Ich wollte nicht, dass du hier anrufst und sagst, ich hab bloß den Kader. Ich musste arbeiten auf dem Samstag. Wir dauern jetzt. Die Hände ruhig noch ein bisschen weiter öffnen. Jetzt, ich werde ruhig laufen lassen. Das Seil. Ja, genau. Das sieht gut aus. Genauso. So. So. Eines. So. 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 Das ist die Hauptsache unten. 100 drauf. Ich könnte was schlagen. Aber ich weiß nicht. 15 Meter, 20 Meter. Aber dann bin ich da unten los. Ach so. Ich schaue. Es ist groß nicht, wenn ich runter gucke. Kannst du mal hier nicht hören? Super. Okay. Okay. Ja. Überlebende. Das ist gut. Nein, nein. Wenn du unten bist. Ja, wenn du unten bist. Wenn du unten bist. Du hast das schon mal gemacht, oder was? Ja, also das waren 20 Meter. Aber mit dem Rücken. Hab ich abgeweist. Ich wollte unten warten. Soll ich dann jetzt schon oben? Ja, natürlich. Okay. Aber ihr wartest auf mich. Wie das? Kein Kuss mehr. Das ging schnell und schmerzlos. Und ich hab mich nicht dumm angestellt, wie damals beim Bodyfly. War super. Kann ich nur empfehlen. Das war's dann auch schon wieder. Macht's gut. Tschüss. Das war's dann auch schon wieder. War super. Das war's dann auch schon wieder. Das war's dann auch schon mal. Ja, natürlich. Das war's dann auch schon wieder. Wobei das geht. Das war's dann auch schon wieder. Ich hab mich nicht verloren. Wie das ist noch mal sein, Also haben wir morgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020